Herzlich willkommen zu DMF, die Gamer, live aus unserem Studio im hohen Norden. Ich bin Florian, an meiner Seite ist heute Dominik. Moin. Und Marc. Mein Zeit. Wir haben heute im Programm... Halo 5. Halo 5, das neue Ex-Spektakel aus dem Hause Microsoft. Wir zeigen euch den Trailer. Und auch mit dabei WWE 2K16. Ihr wolltet schon immer mal mit dem Terminator als Wrestler spielen. Dies ist eine WWE 2K16 nun möglich. Ja, außerdem haben wir noch eine kleine Überraschung für euch. Also nicht nur, dass Dominik wieder da ist. Hallo, mein Sohn ist wieder da. Ich weiß, ihr habt mich vermisst. Jetzt kann es wieder losgehen. Oha. Oha, oha. Das sind große Furcht und so, Ben, die jetzt hier auf Dominik einfließen. Früher war ich ja auch mal AT ist. Heute bin ich Gott. Oha. Der zieht doch nicht mehr. Der zieht doch nicht mehr. Der zieht doch nicht mehr. Ja. Ja, sehr schön. Ich würde sagen, wir fangen die besten Trailer gleich an. Ja. Also nicht mit dem Trailer von mir, sondern mit dem Trailer von Halo 5. Und Halo 5 erscheint am 27. Oktober 2015. Eigentlich voll jahlein. Ja, Halo 5 erscheint am 27. Oktober 2015. Ist ein Xbox One exclusive Titel. Oha. Oha. Wie schon im Twitter zu sehen. Von Microsoft. Produziert. Ja. Und ja, wir haben halt, es soll halt eine komplett neue Kampagne geben. Und ja, der Master Chief. Ja. Geht der Name für den Hild, ne? Ja. Ich bin der Master Chief. Klingt aber auch geil, ne? Also wie ich sage, ich bin Gott dran. Ich bin der Master Chief. Und mit deiner erotischen Stimme. Oha, hatten wir den Master Chief. Und der Master Chief sieht auch ein bisschen gefährlicher aus. Ja. So wie bei Metal Gear. Ja, woher. Du hast ja eine Frau? Das war das Spiel der Frauen in dem Spiel, ne? Du musst das spielen, weil du der Master Chief bist. Und da geil aussieht. Du musst irgendwas kompensieren. Wahrscheinlich. Also es scheint mal eine tolle Kampagne zu werden. Es soll einen komplett neuen Multiplayer geben. Mit neuen Features, mit neuen Extras. Wenn man sich das ganze vorbestellt. Also Halo 5 heißt ja dann Guardians. Dann gibt es halt nochmal als Vorbesteller-Bonus eine Limited Edition. Und es gibt dann einen Bonus-Code für einen Projektions-SMG. Das SMG ist ja Sub-Maschinengang. Ja. Und das kriegt man halt auch noch mit aufs Haus dann. So 50 Euro mehr bezahlt, so ungefähr gefühlt. Lohnt sich. Lohnt sich, ja. Wir sehen uns auch hier. So einen schönen Dropdown aus dem Flugzeug. Woher wir halt auch schon ordentlich geschossen wären. Und... Ähm... Und... 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 Grafik sieht echt nice aus, ne? Ja. Das ist aber auch in der Grafik. Es ist vielleicht ein bisschen hochgegangen. Aber... Ist schon nicht... Nicht so verkehrt. Sieht aus bisschen wie Iron Man. Ja. 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 Wir fahren jetzt Iron Man-Mode. Hahaha. Aber sieht nice aus. Also... Erinnert mich ein bisschen auf Battlefront, ne? Ja. Hat eine Ewigkeit. Ja. Ein bisschen... Ein bisschen... Da crankt uns auch aus. Ja. Ist doch aus... 3 Kilometern Höhe. Ja. Ist doch hier... Der hat sich seit einem aus dem Flugzeug aus dem Butter gefallen irgendwo. Und hat's überlebt. Und hat's überlebt aus 3 Kilometern Höhe. War ja auch immer so jeden Morgen. Um wach zu werden. Ja. Ist schon ganz geil gemacht. Ja. Ich bin ja nicht so der... Ich bin ja nicht so der... Ich bin so der Riesen-Fan. Also ich bin zwar schon Sci-Fi-Fan. Aber halt nicht von diesem... Ach... Sci-Fi. Ist dann irgendwie so ein bisschen... Too much. Too much, ja. Ja. Aber das haben die recht ganz gerne umgesetzt. Ich hab die ersten Teile auch gespielt auf Xbox. Und... Und... Diese... Multiplayer-Spiele mit Moin und sowas. Und das haben die ganz geil geschaffen. Ja. Und das wäre eigentlich immer Spaß gemacht. Das werde ich auf jeden Fall aufgetestet. Ja. Das ist gut. Das ist gut. Ja. Wunderbar. Was über mehr. Ist das mit diesen Schildern auch neu? Äh... Die Schilder gab's vorher auch. Ja. Das ist krass. Das ist krass. Ja. Das ist krass. Ja. Das ist krass. Das ist krass. Ja. Fahrzeuge kann man hier auch natürlich steuern. Yeah. Ja. Das war in den alten Halo-Teilen. Da war ja auch kein Open World. Das war immer eine festige Geburten, die man eigentlich gefahren oder gegangen ist. Ja. Da hast du ja auch eine einzelne Map, wie die konnte zu lernen spielen. Und ja... Ja. Die Buss waren dann ein bisschen... War eigentlich ganz optimal. Gespannt. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Ja. Ja. Wir testen es für euch. Leute. Lasst ein Like da, ne. Falls es euch nicht gefällt. Ja. Das auf jeden Fall. Und auf jeden Fall ein Kommentar dazu. Ja. Würde ich sagen, ne. Das mal ein paar mehr. Das letztes Mal. Ja. Wir sehen mal ein Kommentar als letztes Mal. Auf jeden Fall liebe Leute. Es gibt übrigens auch noch einen kleinen Hinweis. Die können wir jetzt einfach mal machen. Ja. Wir verlosen demnächst auch noch mal ein paar richtig geile Sachen irgendwie. Spiele, Gamepads, eine Nacht mit Marc. Überhaupt sagt ihr, sieht gut aus. Dann opfer ich mich. Ja. Also das alles verlosen wir. Florian spricht aus Erfahrung. Bist du bescheid, Leute. Ja. Ich hab ein bisschen Angst. Ähm. Nicht. So. Weiter geht's jetzt im Programm mit WWE 2K16. Dazu muss man sagen, es gibt auch die Möglichkeit als Terminator zu spielen. Oha. Das hört sich gut an. Life is back. Nicht als Marc, sondern als richtigen Terminator. Ja. 2K bringt das Spiel raus. Ich glaube Dominik kennt sich auch ein bisschen mit Wrestling aus. Zumindest andersweise. So ein paar Charaktere kennt man ja. Ja. Das Ding war mein Kling. Der Undertaker. Der Undertaker auch. Der Undertaker. Der da. Undertaker war geil. Oder Goat. Wie ließen die beide immer? Die Zwillinge. Kennst du ja? Die waren wirklich geil. Das war schon cool. Das war echt ganz cool. Ja, es gibt auch ein paar neue Sachen selber, die man machen kann. Zum Beispiel gibt es halt einen überarbeitenden Karriere-Modus wird es geben. Es wird einen Online-Modus geben. Eine Gameplay-Verbesserung wird es geben. Es gibt einen Inhalts-Editor. Das heißt, man kann halt so eine Diva erstellen. Also sich selber erstellen. Mit so einem eigenen Gesicht. Ach so. Mit großen Brüsten und so. Kann man sich alles theoretisch erstellen. Cool. Hollywood. Uh. Wie ist das denn? Sexy. Ich war sexy, motherfucker. Geil. Hier sehen wir halt so ein paar Moves jetzt auch nochmal. Ach so, das ist jetzt aber schon Gameplay-Grafik, ne? Ja, das ist der Neckbreaker. Das ist Gameplay. Das ist Gameplay. Ja. Ja. Hätten sich ein bisschen mehr... Alles streng kann mit der Grafik, ne? Sieht ein bisschen... Ja. Sieht schon geil aus, nicht? Echt? Ja. Aber dafür für Playstation 4 und für was ist das noch? Playstation 4, Xbox. Ähm. Da gibt's das auch noch für den PC. Okay. Playstation 3 wird's auch noch geben. Okay. Das möchte ich mehr so Playstation 3-Grafik. Also. Ja. Gehen mir wird noch ein bisschen überarbeitet. Kann man Tortorentische, kann man wieder zerstören. Da kann man wieder Gegenstände einsetzen. Hölton. Tische. Tische. Alles reinwerfen. Genau. Kannst du alles reinwerfen. Es gibt ein neues Pin-System, wird's wohl auch geben. Äh. Ketten-Wrestling. Also es gibt halt neue Positionen, Eigenschaften ermöglichen es dann halt den Spielern die Superstars von ihnen zu unterscheiden. Also es kann auch passieren, dass die Spieler klammern, woraus sie entweder sauber oder mit einem Unfair-Attacke befreien können. Okay. Ähm. Dann gibt's halt neue Haltergriffe, eine verbesserte KI. Also der kommt. Ja. Das ist wichtig, ne. Das ist die KI. Genau. Genau. Und es gibt halt auch dynamische Einzüge. Das heißt, der Einzug ist ja nicht immer derselbe, sondern die können sich halt von Spiel zu Spiel oder von Match zu Match sozusagen ändern, die Einzüge. Also macht er einmal so und dann macht er so. Aha. Also. Ja. Und ähm. Es gibt neue Kommandatoren zu geben. Das ist auch ganz cool. Und ja. Genau. 120 einzigartige spielbare Charaktere. 120? 120, ja. Oh, das ist schon eine Auswahl. Ja. Und wenn du es halt vorbestellst, dann kannst du ja wieder mit dem Terminator spielen. Geil. Mit Arnold. Cool. Ja, einen K benefiigen. Ja, einen Korn kann man doch noch nicht spielen. Ehm. Gott Modus. Der Gott Modus funktioniert noch nicht. Ich war jetzt gerade dabei mit ihm zu verhandeln. Ja. Für nächstes Jahr. Cool. Also. Der passt noch nicht durch den Körperscanner. Hahahaha. Error. 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 Oh. Ja, ein paar Formen wird es auch gehen natürlich. Ja. Die können dann halt die Dieben oder so. Die können auch leid verflügelt werden und so. Nadaja. Kann man dazu sagen, Dominik ist ja ein großer Teil von Polen, haben wir ja gerade am Freitag 3 zu 1 gegen Deutschland verloren, hilft nix davor, das haben wir ja natürlich auch. Ja, Natalia gestern, aber Natalia klingt halt auch eher wie so eine Polin oder so eine Russin, eher Russin, die sieht auch böse aus, die sieht schon so aus, als ob sie irgendwie böse ist, so alles klar, das war WWE 2K16, das ganze erscheint am 30. Oktober 2015 dafür PC, Xbox 360, Xbox One, Playstation 3 und Playstation 4, wobei es gibt ja auch, also ich hoffe, dass es irgendwann auch so weit sein wird, so wie bei Rocket League zum Beispiel, dass man halt, dass die PC-Leute mit den PS4-Leuten zusammenspielen, das haben wir ja, habe ich nämlich gerade gesetzt, das haben wir es gerade gemacht, das funktioniert auch, du kannst einen privatischen Match erstellen und die von der Playstation 4 kann dann auf dem PC mit drauf. Nur halt, das wäre dann aber ganz geil, wenn du halt dann wirklich auch... Graut bei so welchen Spielen, das müsste eigentlich machbar sein. Ja, ich meine, PC und Playstation 3 wird wahrscheinlich nicht so wenig funktionieren. Nee, aber über die 4 schon mal, das wäre, oder Xbox, das wäre schon mal realistisch. Das wäre schon extrem geil. Ja, aber das ist halt natürlich auch das Problem halt in dem Fall dann einfach, dass du halt, wenn du jetzt so ein plattform-übergreifendes Ding machst, Rocket League ist ja nur für PS4 und PC. Nee, sobald du aber halt noch eine dritte Konsole mit reinbringst, so eine Xbox One zum Beispiel, hättest du halt wieder ein bisschen Probleme. Ja. Also von daher, lass uns überraschen, was da in Zukunft kommt. So, es gibt ja aber noch was mit Mel Gibson. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ist er noch dabei? Nee. Nee, ne? Im Spiel ist er raus. Ja, im Spiel ist er raus. So, wir haben nämlich als Überraschung heute, na, wie immer, eine Überraschung für euch, surprise, 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 das Beste kommt zum Schluss, na, erzähl, Mad Max, yeah, dazu werden wir auch nächste Woche übrigens noch ein kleines Display rausbringen, also da könnt ihr euch auch tierisch drauf freuen, das hätte ich dann mal ein bisschen hier spielen, so. Ja, Marc, ich würde einfach mal sagen, wir starten jetzt mit Mad Max. Los geht's. Savage Road. Heißt, das Game, es spielt in einer, in einer Open World, das ist ein Open World Gameplay, es ist halt, wenn ich jetzt mein Auto und Fahrzeug habe, wie auch im Film, apokalyptische Endzeitstimmung da, wie man hier aussieht, aber das ist ja auch halt mehr so ein Autospiel, ne? Spielt sich ja auch meistens im Auto ab. Voll geil. Das riecht gut. Ja, für welche Konsole? Es kommt auf jeden Fall raus für ein PC, also beziehungsweise ist ja schon raus, für ein PC, Playstation 4 und Xbox raus. Also können alle, können alle spielen. Genau. Sind wir nicht wieder gebunden. Nee, nee. Wir spielen das auf PC, ne? PC, so genau. Ich finde, der eine sieht aus wie von 300, ne? Ja. Der Gollomir, den haben sie kopiert. Ja, ein bisschen. Ja, ist schon ganz geil gemacht. Also ich habe den Film, den Kinofilm noch nicht gesehen. Aber das ist ja irgendwie auch die Produktion auch sehr besser gemacht. Wir gucken uns aus Hause mal anrufen, aber es sieht schon geil. Es ist halt schon... Ja, sieht schon geil aus. Macht ja schon von wirklich laune. Ja. Ist das auch ein Moody's Play, ne, ne? Äh, nee. Das ist eigentlich ein... Ungefähr. Okay. Ein Co-op-Modus, weißt du da irgendwie was? Äh, nee. Co-op-Modus wohl auch nicht. Also man sagt, Spiel ganz alleine spielen. Ja. Okay. Es ist halt eine Anwendung zum Glück. Ja. Also es gibt halt... Also man kann halt selber Mad Max sein. Man kann die... So wie ich mal diese Kampfmaschinen sozusagen bauen. Also die Fahrzeuge kann man sich halt selbst zusammenbauen. Aha. Es gibt halt die Fahrzeuge Kämpfe selber, wie man jetzt ja auch teilweise so ein bisschen sieht. Tja. Ähm. Und du kannst halt alles Material, was du halt findest und filmst, ist halt auch wertvoll. Also kannst du mal sammeln. Ja. Also ich bin ja jetzt extrem gespannt auf das... So, hat es sieht auch geil aus. Gerade mal so Kampfmodus. So kann ich eben machen. Ja. Das war mal so egal, aber ich so groß. Auch nicht gerade wenig. Ne. Mal gucken, ob sie das nur so hingeklatscht haben. Oder ob sie sich da auch angestrengt haben. Ja. Offenbar ist es ja so ein Film und dann zum Spiel ist es ja immer so eine Sache, ne? Das ist ja schon. Ne, enttäuschend. Also für ein PC kostet das so um die 39 Euro. Für die Playstation kostet es 63 Euro. Ja, das ist ja. Und für die Xbox 59. Ja, wie gesagt, wenn man es als Pre-Order sich gekauft oder gekauft hätte, hätte man noch diesen River bekommen, also ein extra Fahrzeug nochmal irgendwie, aber ich baue mir die Fahrzeuge lieber komplett selber zusammen. Das macht dann auch mehr Spaß, macht mehr Laune. Und ja. Und Spaß, bisschen Geld. Das kommt auch noch dazu. Ja, wir haben ja, wir sind eigentlich schon am Ende der Folge jetzt schon angekommen. Nein, nein, aber wir haben ja nächste Woche auch noch ein paar Sachen, die rauskommen. Dominik freut sich, glaube ich, auf FIFA. Auf jeden Fall. FIFA, natürlich. Haben wir schon angesprochen. Das ist ja bald soweit. Ja. Oder geht's auch? Es wird gezockt, dann werden wir daddeln. Die ganze Nacht. Oh, ich krieg schon wieder auf dem Kopf bestimmt. Urlaub. Eine Woche, Leute. Nur für euch. Ja, das finde ich gut. Ich hab keinen Urlaub, macht aber nichts. Hat er genug davor? Ja. Zu Recht hat er. Ja, ja, da ist was dran. Da haben wir auch noch Pro Evolution Soccer haben wir noch im Programm. Wir haben NBA kommt auch noch irgendwann. NFL. NFL kommt auch noch mal. Also ziemlich viel Sport auch im Programm. Wie gesagt, wenn ihr irgendwas vorgestellt habt, wenn ihr sagt, ey, Mensch, ich hab da mal ein richtig geiles Spiel für euch, dann sagt gerne Bescheid. Und ja, dann werden wir uns auf jeden Fall vorstellen. In diesem Sinne, ich sag schon mal Tschüss. Genau. Bis zum nächsten Jahr. Haut rein. Schönes Wochenende noch. Genau. Schönen Rest Sonnachurig. Tschüss. 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 Hallo? Ist jemand da? Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.